äh da ist er da ist der eingang und damit begrüße ich euch herzlich zu part 29 von zelda windwaker hd turm der götter oh mein gott das ist der turm der götter er wird uns alle tippen das war das jetzt anders das wasser gestiegen doch wir trinken Ah, yes! Was ist denn hier? Hier ist nichts. Na gut, dann, äh, eine ablegen. Die hat ein grünes Gelee verloren. Obwohl er ein gelber war. Ist ja komisch. Na toll. Sind ja witzvoll, ey. Steht der jetzt rum, oder nicht? Was ist denn? Ich glaub, das funktioniert jetzt trotzdem. Weil der müsste ja eigentlich stehen bleiben. Da ist ja keine... Dingsbums. Wie nennt sich das jetzt? Ich bin heute so unkompetent, was... Ich weiß nicht mehr, unkompetent ist das... Ach, keine Ahnung. Ich finde heute auf jeden Fall zur Zeit keine... Keine richtigen Wörter. Ne, fehlen die irgendwie so. Außer, sorry. Die ganzen Dingsbums und Dingsies und... Da ist auf jeden Fall keine Strömung drin, deswegen können sich die Dinger ja gar nicht bewegen. Das meinte ich damit. Ich muss jetzt da rein. Ja... Okay, das braun, das ist nice. Ich würde gerne mal da rein und gucken, was da ist. Natürlich. Ich will ihn einfach weg von mir. Ich will ihn einfach weg von mir. Ich will ihn einfach weg von mir. Wieder ein grünes Schnee, das ist echt strange. Das sind viele. Das erste haben wir jetzt schon weggesprengt. Ich habe doch so viel mehr drin. Das ist ja Wahnsinn. Aber hier haben wir eine Kiste. Das ist schon mal gut. Mein Gott, bin ich doof. Mein Gott, bin ich doof. Du. Döver du, oder? Keine Ahnung, was ich da schon wieder für einen Scheiß zusammen erzählt. Egal. Wir haben die Kiste. Wir haben eine Labyrinth-Karte und wissen jetzt, wo Schätze sind. Und unser Boot. Das sehen wir auch. Oh, das sind aber viele. Wir wissen, wir sind einfach mal. Wir gehen. Egal. Wir sind einfach mal weg, oder? Wir sind einfach mal weg, oder? Läu... Wir sind einfach mal weg. Nun kommen die Aufmerdrehen. Was das worm aus? Nein, Gott, Leute, Leute. Oh, Gott, 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 Gott. Gott, 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 Gott Da müssen wir noch hin. Hä? Kann ich das nicht nehmen? Doch. Oh, dass ist weg und er nicht zu müssen. Und nicht wie über das Kappel. Aber es ist weg, dass tausend nicht zu sehen ist. Ich bin jetzt weg. So, jetzt ist es weg. Das ist weg. Das war zu weit. Das war zu flü. Das auch. Nein. Jetzt geht die nächste Kiste kaputt. Jawoll. Jetzt macht es so viel Spaß. Jetzt macht es so viel Spaß. Das stelle ich mich jetzt ein bisschen blöder an, ehrlich gesagt. Das gebe ich zu. Das gebe ich zu. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich gerade weine. So ein Scheiß. Wie kann das Ding kaputt gehen? Naja. Können wir nichts mehr ändern. Jetzt müssen wir nochmal raus und wieder rein. Könnt ihr einfach mal hochklettern? Okay, das ist definitiv zu weit weg. Machen wir das wirklich so, wie es ich von Anfang an geplant hatte. Ohne irgendwelche Tipps und Tricks. Leute. Ich weine gleich. Ich weine gleich. Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Ich habe es doch jetzt eigentlich erwischt. Ich weiß gar nicht, woran es jetzt liegen mag. Hm. Ich meine, da hat es ja auch funktioniert. Also wenn ich mir... Komm ich jetzt nicht so ganz mit, warum es jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Jetzt gehen wir aber nicht so weit her. Wo ich mir sicher bin. Tada! Das war jetzt Glück, meine Lieben. Habt ihr diesen Move gesehen? Mann, 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 da hatte ich jetzt echt übelst Glück. Jetzt warte ich kurz, bis das Wasser hochkommt. Und dann gehen wir wieder raus. Und aufs Boot und schwimmen weiter. Juhu. Was uns aber jetzt hier erwartet, seht ihr erst im nächsten Part. Like, kommentiert, abonniert, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part.